Das war sooo knapp, mann. Sooo knapp. Kannst dir das zum Schluss überlegen, ob das die 1 wird. Der bin nicht besser gegen Vollkorn gewesen, als mit Palutena. Ja, genau. Das mein ich. Oh, cool. Was soll das? Oh, er ist mal trotzdem falsch rumgelaufen. Da kommen vielleicht wieder die Besten, ja. Immer noch bis auf League und Mega Man. Ich hab ja keinen Schaden. Ich hab gedacht, du hast bestimmt mindestens zweimal gegriffen. Die führte zweimal. Easy. Du schlägst Hunde. Was ist das für ein Hundebesitzer? Zu mir, ja. Das nennt ich Arziehung. Hm, merk ich. Ich hab da ja gedacht, du hast Palutena, ist nach oben. Da ich ja voll Palutena bin. Du, 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 guck mal, ich hab weggegeben die Graune. Finster Rapid. Was ist das für ein Podcast? Ich hab das schon mal gesagt. Was ist das für ein Hundebesitzer? Ja, das ist für ein Hundebesitzer. mal irgendeine Combo versuchen, die kein Mensch kennt. Was? Ich dachte gerade, ich hab dir schon ein Leben abgezogen. Ich hab noch zwei. Du hast drei. Ich weiß noch, wie ich von einem Pit-Computer auf Level 9 fertig gemacht wurde. Drei Leben. Asamos. Zwei besichtige, die ich verliere. Ja genau, der Sniper. Ich werd hier zwei Leben schon wieder gemacht. Drei Leben werden das nicht. Wo der? Ne, leider nicht. Ah, die kommen vielleicht noch. Ah, vielleicht auch nicht. Nicht von mir. Dafür hab ich den Skill heute irgendwie nicht. Ja, sah ich heute großartig aus, das hätte ich drei Leben geschafft. Ja, kurz mit Link. Bis ich mein erstes Leben verloren hab. Da fühl ich mich. Vielleicht spiel ich die Ente mit der Hund sitzt drauf. Der andere Skin, ja. Muss doch drücken, ja. Nein, nötig. Reicht das Crispy? Da ist doch auch noch alles zu sehen. Oha, getroffen, Mann. Peinlich. Scheiße, ich hasse das Fliegen. Fusion. Pfff! Nimm den Mann zurück. Wapp! Dass er in die andere Richtung schießt. Ah, kacke, Mann! Boah! Richtig cool, Mann! Ding, ding, ding! Zwei Leben, ich wusste es. Da kann Kai ja nicht. Ich kann das auch nicht. Pit kann ich auch nicht mehr. Den wollte ich auch mal trainieren, aber nee. Der kann mir zu wenig smashen. Pit war ja am ersten, im Brawl ist es schlimm bei dir. Pit war geil im Brawl. Wie weit mach ich denn? Erstmal, dass der Paar, äh, der spanische Frage ist ja nicht mehr. Das ist der Sieg mit Charakter. Ich dachte gerade, ich hab da kein freiwilliges Spiel. Na, klasse! Ich hab schon gewonnen. Hm, ich bewege mich nicht auch nicht. Ich drücke die ganze Zeit so ausweichen, ausweichen. Oh, ich hab Bodenliege. Bei D-D-D-D muss ich echt mit Griffen arbeiten. Mein Main, Alter! Diddy Kong! Weil du keine Erdnüsse magst. Weil ich sterben würde mit den Dingern! Ich denke, dass du nicht Pit bist. Da hast du immer meinen Sprung weggehauen. Oder schuld! Weil du gekontert hast, du Mistvieh. Ich kann doch nicht die D-D-D zu verprügeln! Ich bin nur ein Affe. Weiter! Vielleicht hast du kein Schild mehr, glaub mir. Doch, der schon wie er was wolle. Wenn ich den Schild kenne. Clever Ghost! Clever! Dreh dich um! Verschon ihn! Du weißt, dass du gewinnenst! Hm, das können wir drei Leben machen! Was? Was? Was ist denn mit dem Vieh? Ist ja schlimm! Du hast fast gegen die D-D gefunden! Was? Wir sind mit Broser. Es war mit Broser! Das war mit Broser! Das war mit Broser! Das war der Teiker damals im Eis auch! Mh, dafür hab ich gewartet! Der war richtig alle! Mit vollem Einsatz! Wahr normal! Mit dem Ding töten! Ich hab schon gedacht, das trifft mir jetzt. Ja, wo war ich denn da? Wo bin ich hin? Ah, das war der Tab, okay. Jetzt klem für dich. Diesmal das Maximal anrichtet. Ha! Ich muss mich zweer leben. Was hast du mit ihm weitergemacht? Keine Ahnung, was ich ausweichen wollte eigentlich. Ich muss mich zweer leben. Weil ich gegen Diddy kann ich einfach mal nicht meinen Hammer machen. Bin ich echt wegen der Banane aufs Maul geflogen? In dir, ja. Ich kann meinen Hammer nicht machen. Darum kann ich ihn nicht wenden. Ich brauche diesen Hammer. Ich bin echt zweer leben. Die Idee wird hier gedilligend. Oho. Echt verloren. Ich lebe noch. Was? Nicht beim Blitz und beim Blitz kacke ich ab und erst mal gegen das Mikro treten. Das ist ja jetzt sehr peinlich gewesen. Kampfbeginn. Oh, ich werde gewinnen. Ja, du wirst verlieren. Okay. Zufall darf ich nicht. Der Dekom ist mein Zufall, Mann. Genau wie ein Brawl, wo ich mal Wario bekomme. Irgendwann war nicht den kurz cool. Oh, cool. Ich bin der Pokoball. Verloren. Hab ich. Ich hab verloren. Kann Pickman ja nicht. Kann ich nicht als Gegner ab. Ich bin so langsam. Und ich war grad DDD. Der war für mich da für schneller. Okay. Zwei Angriffe. Ich kann mir schauen. Was kann dir überhaupt. Ach, statt. Oh. Das war nicht denken, dass er so ein Hässling hat. Wieso bist du Unimar? Das ist wie die anderen Spacken, die mal alle reifen. Nee, mein so'n Shit. Falls überhaupt Ralf heißt. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube Ralf hat das. Oder Alf? Ja stimmt, Alf hat das. Oder Ralf? Oder Ralf? Ich weiß es nicht. Der war ein 4-Busch am Lobby. Alter sagt auch, das ist ne Melone. Oh fuck. Das ist auch ne Melone. Von ihm hab ich ja das. Für mich ist das aber noch ne Grammat. Fick meine Scheiße. Den werde ich mal so viel rausnehmen. Stimmt ja. Nee, ich seh immer unten einen Spieler mit denen die hier machen. Muss ich jetzt besser machen. Okay, kann doch. Nee. Kann doch. den Ghost ins Gesicht schlafen. Die Erdbeere. Verdammt. Verdammt. fick dich. Warum ruf ich ihn eigentlich zurück, hätte ich noch Schaden machen können. Oh, du solltest natürlich mal holen. Ich muss mal holen versuchen. Boah, ich hab... Was? Den dicken Mann. Das war voll die Ruhe da. Erstmal den da snacken. Hauptsache, ich muss auch nicht die Akbänen essen. Punkte. Warum der Feuerhammer? Das ist ja wie's Leben. Wann soll man den? Kann ich nicht den dicken werfen. Kann ihn nicht. Toll! Dadurch ist er gestorben, weil er noch an dir dran hing. Das ist Pac-Man, du n scheiß Charakter, bitte. Der ist auch nicht scheiße. Uh, Cushion. Der sah wirklich schlecht. Der hat mit nüften Range. Und in der Luft ist er scheiße. Da gibt es einen beschissenen Geister nicht. Sagt Ghost. Stimmt, der entschied. Okay, kann man aber echt noch einmal nehmen. Ja, die Geister sind halt eigentlich sehr starkes. Oh, ist die hier. Na, sei vor, jetzt ist ein Gelber dabei. Aber der Dicke. Aber der Dicke. Der hat sich fürs Team geopfert. Stimmt, der Dicke hat keine Range beim Greifen. Okay, lass mal nochmal realisieren, wenn ich so nach links mache. Scheiße, war die gar nichts mehr. Scheiße, war die gar nichts mehr. Halt deine für Riesenfäuste. Scheiße, was? Das ist der Beste mit ihm retten mit, mit die Ohren. Oh, das ist ja nicht mehr da. Logisch, verschwindet auch in der Welle. Scheiße, der hängt mir das Kacke. Mit dem Dicken, Mann. Mit dem Dicken und gewonnen. Das ist doch scheiße. Was ist denn, wenn ich sage, ich verliere, bin ich. Ich darf nicht mehr übermütig werden. Dann können wir mal Webcam machen. Irgendwann mal. Nein, ich habe kein Make-up auf. 100er Part oder so. Oder 300. Wir haben nicht mal bei Broly 100 geschafft. Aber hier. Machen wir das. Oh, geil! Warum kann es nicht andersrum sein? Ich dachte gerade, ich bin wirklich Zelda. Okay, verloren. Hast du verloren? Nee. Doch, würde ich dich machen, hättest du verloren. Seid nicht. Ich verliere alle. Nur weil du schlecht bist. Ah, f*** dich. Ich bin Pummelhof. Kann das nicht. Erstmal die Rüstung zerdeppert. Dass du gesehen wie viel Stärke so ein Pummelhof hat. Ich habe dich gerade 3 mal mitgebewertet, glaube ich. Oder 2 mal. Kann ich sehen. Prozent jetzt kann man mich damit der Schiebrecher das war auf meinen nicht als Kleber gegen den Ritter den Weg gehen sollte und schützt sich die Tölle den Wiener den Bekommen oder so der wenige aus dem erschaden hast du gesehen was ich für ein face hatte gerade nein habe ich übrigens nicht da hast du sie sehen muss ich nur greifen dann siehst du es ich bin grimmel damit betreffend nicht nie hoch du hast mir wehgetan du lebst das war es nicht 22 schon ich hab mich nur an die fast 1,3 Oh! Das muss mal verwirrt sein. Na, na, na. Na, kann das nicht. Ich muss ran springen. Ja, ich wollte springen, aber irgendwie ist das viel nicht gesprungen. Ah, kacke. Und du machst random, ohne einschlafen. Na, für das Glück habe ich nicht. Wenn das schaffst. Oh, ja. Erst mal mich auf den Boden bashen. Ich bin der Volleyball. Ach, stimmt. Bei so einem coolen... Oh. Das ist sogar gut, der, das ich jetzt gemacht habe. So könnte ich die töten. Wird's easy. Einfach nach unten porten. Hier nach oben porten. Habe ich online gesehen. Was? Das ist ja wohl nicht fair. Ich bin's cool. Ich bring dir mehr bei. Na gut, dass ich selber kaum spiele. Da spiele ich eher linken. Ich muss mit linken Zimmer lernen. Ich muss mal ein Amiibo trainieren. Mit dem Amiibo.